Anderes Thema noch für die Leute, die gerne mal ein Meister... Uuuuuh, das war ein Spaß, das war ein Spaß! Und ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zum nächsten Part von Incubo. Vielen Dank, dass ihr das letzte Video so geil geliked habt. Das hat mir natürlich auf jeden Fall geholfen, mir selber die Entscheidung abzunehmen, dieses Projekt weiter vorzusitzen. Jetzt musste ich ganz spontan mir ein paar Wörter für diesen Satz ausdenken, damit ich jetzt nicht komplett einkacke. Also nochmal vielen Dank auf jeden Fall für das positive Feedback beim letzten Video. Ich mache weiter, easy, ihr wollt es sehen, ich mache es weiter. Finde ich schön, wir haben alle Freude, es wird wunderbar, ich merke es, es wird ganz toll. Ich rede viel zu viel, aber scheißegal, ich habe Freude. Und, ah, das haben wir schon gesehen, das tun wir nochmal schnell überspringen. Wir sind gelandet hier draußen, wo der Zombie auftaucht, da hinten, vor dem wir uns verstecken können. Oh, ist das laut, ich hoffe, der ist nicht schnell. Ist der schnell? Was ist mit dem los? Ich hätte erwartet, dass der jetzt so langsam, gemächlich auf uns zuklettert. Der ist ja voll am durchdrehen. Warte mal. So kann man uns nicht verstecken. Ist ja mega schlimm. Jetzt warten wir mal kurz. Jetzt habe ich mich doch erschreckt. Genau. An der Stelle könnt ihr mir ja nochmal ein Like geben oder ein Kommentar schreiben, während wir warten. Oh, der haut hier ab, ich kann ja weitergeben. Wir müssen einfach ganz langsam hinterher laufen, glaube ich. Bloß nicht zu schnell. Ah, der hat Disconnection, der hat irgendwelche Verbindungsprobleme, habe ich das Gefühl, der Alien. Alien, sage ich schon. Der Alien, der Zombie da hinten. Was mache ich, wenn der jetzt nochmal sich umdreht? Oh, schnell. Kann ich den nicht irgendwie ablenken, ein Stöckchen werfen oder irgend sowas? Ist ja vollkommen krank. Wer kommt denn auf sowas? Ach, auch noch zusätzlich, genau. Letztes Wochenende wollte ja eigentlich der Sinex kommen. Da ist uns aber leider was dazwischen gekommen. Eine Party ist uns dazwischen gekommen. Aber der hat mir versprochen, dass er am Freitag zu mir kommt. Und das heißt, am Wochenende werden richtig geile Videos zusammen aufgenommen, die dann wahrscheinlich gegen Samstagabend, spätestens Sonntagabend wahrscheinlich online kommen werden. Checkt das auf jeden Fall aus. Und anderes Thema noch für die Leute, die gerne mal ein Likes. Das war ein Spaß, das war ein Spaß. Ach, Mann. Für die Leute, die gerne mal ein Livestream mit mir und dem Sinex zusammen sehen würden, die können gerade mal hier oben in der Infocard, die sollte jetzt aufploppen, abstimmen. Ich möchte einfach mal gucken, wie viel da zusammenkommt von den Leuten, die dann zugucken würden. Einfach kurz oben drauf drücken und dann kommt da so ein kleines Fenster und da könnt ihr abstimmen, ob ihr auf dem Livestream mit mir und dem Sinex Bock habt. Und genau, das wird ganz wunderbar, das weiß ich. Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht schon wieder einen Krampf kriege hier. Tun wir mal die Atmosphäre noch ein bisschen düsterer machen, ein bisschen orangeniges Licht. So, ist es schöner, ja? Ja, ganz geil. Ähm, genau. Rein da. Ja, wie lang ist denn auch der... Uiuiui, es ist mir gerade die Aufnahme abgebrochen. Das kann es ja nicht sein, wenn ich an meinem Kabel rumspiele. Also nicht an meinem Kabel rumspielen, das kann man jetzt auch falsch verstehen. Okay. Ich bin einfach an das Kabel vom Mikrofon gekommen. Ist alles noch okay? Ja, dann muss ich das nachher schneiden. Scheißegal. Rein da. Wo bin ich denn stehen geblieben? Ah ja, weil der Weg so lang ist, das kann es ja nicht sein. Oh, der läuft aber auch so langsam. Oder die? Müssen wir ja nicht. Man will ja keine voralligen Schlüsse ziehen. Man könnte ja auch einen kleinen Blick unter den Rock da werfen. Dann wisst ihr mal Bescheid. Ist es ein Männlein oder ist es ein Weiblein? Aber ich glaube, das Risiko, das lassen wir lieber an der Stelle. Genau. Komm, wir essen zeitig. Ey, jetzt muss ich aufpassen. Da vorne ist schon ewigst lang kein Baum mehr. Was mache ich denn, wenn der sich jetzt dann gleich wieder umdreht? Guck mal, unserem kleinen Freund hier, dem ist es kalt langsam. Oh oh. Kommt der wieder zurück? Ich weiß es nicht. Oder ist der abgehauen? Steht der noch da? Der steht noch da. Ja, was mache ich denn hier? Ah, der läuft nicht. Geht weiter. Oh, bitte dreh dich jetzt nicht um. Das wäre jetzt total fies. Ich kann mich hier nirgends verstecken. Oder muss ich in der dunklen Lampe stehen? Oh, man kann ja auch die Augen... Oh, nee, das bringt nichts. Ich glaube, das muss ich schnell machen. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Oh Gott. Ist der tot? Ich meine, der war ja vorher schon tot, aber... Nee, der ist nicht tot. Hey, ich wäre jetzt fast rausgegangen. Ja, nochmal hätte ich das sicher nicht gemacht. Gerade das Projekt abgebrochen, sage ich euch. Und dann Fortnite oder Apex oder was auch immer gespielt. Minecraft. Oh ja, Minecraft hätten wir spielen können. Ja. So, mein Kleiner, komm mal aus dem Baum raus. Dann ist alles gut. Guck mal, da ist eine schöne Lichterkette. Da wartet sich der Kuchen auf dich. Und ein leckerer Apfel. Ah. Ich verstehe. Das ist eine Zirkusattraktion. Komm, hau ab. Mein Gott. Der ist weg, oder? Der ist weg. Oh, du Hurensohn. Oh mein Gott. Ey, hab ich mich jetzt erschreckt? Was soll der Scheiß? Nein. Ja, müssen jetzt... Ah, man kann sicher schwingen. Genau, das war's. Guck mal, ganz runter. So. 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 Und zack. Wie tat's dann im Dschungel. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Little Nightmares, muss ich sagen. Auch ein ganz geiles Spiel. Check das mal ab. Ah, wir müssen auf das Dach springen von diesen... Ich nehme an, da rüber, rechts. Boah, ist das laut. Oh, jetzt müssen wir das alles noch machen. Notiz an mich. Ein paar Sekunden Zeit nehmen, auch mal zu überlegen. Hey. Wieso sterbe ich denn die ganze Zeit? Müssen wir mehr Anlauf nehmen? Ja, wir müssen mehr Anlauf nehmen. Das ist tatsächlich so, wenn man zu wenig Anlauf nimmt, springt man auch nicht so weit. Das finde ich noch easy gemacht. Also, jetzt klettern wir da runter und springen jetzt da rüber. Das sieht mir sehr gefährlich aus hier. Komm schon. Oh. Ich wollte mich... Ich hab's schon geahnt. Ich hab's doch schon geahnt. Müssen wir das hier von vorne machen? Nee. So, einfach früh genug springen. Hier. Perfekt. Jetzt hier drauf. Oh, oh. Nicht gut. Ich möchte einfach nicht auf den Boden. Mann, ich will aber oben lang. Kommen wir da nicht hoch? Ah, warte mal. Die Kiste kann man doch sicher schieben. Ähm. Genau. So. Gott, ist die Musik laut hier in dem Zirkus. Ey, ich stelle mich so dumm an. Wie kann man sich so dumm anstellen? Jetzt aber schnell. Hoch. Ey, wie knapp ist denn das? Das ist ja Millimeterarbeit hier. Nochmal. Go, go, go. Hoch. Hoch. Oh. Als ob. Zack. Schaffen wir. Schaffen wir. Und raus. Boah. Ey, ist das laut. Gut, ich glaube, ich schalte einfach mal ein bisschen leiser. Wie wäre es denn damit? So, wir stellen uns hinten an. Das sind alles meine Freunde. Der Schulausflug hat stattgefunden und der Lehrer zählt jetzt durch. Kinder hören mir. Hören mich zu. Ich stehe bitte an einem Schlager und komm mal. Warte, warte. Ihr steht bitte an einem Schlager und kommt herein. Ah. Hört auf, mein Kommando. Nein, ich glaube, ich breche das ab, wenn ich irgendeine Taste drücke. Nächster. Hey. Oh, ich muss laufen, glaube ich. Ah ja, ich darf nicht stehen. Ich darf nicht stehen bleiben. Ich muss mitlaufen. Hab's verstanden. Jetzt können wir nochmal gucken, was der sagt. Also, Kinder, hören nicht zu. Ihr steht bitte in einem Schlager und kommt rein. Hört auf, mein Kommando. Ah ne, es geht tatsächlich jetzt so weiter, wie es ist. Darf ich einfach nicht stehen bleiben? Nein. Ich darf mich auch nicht bewegen. Was soll denn der Scheiß? Ja, komm, fress mich doch alle auf. Als ob ich genau dann laufe, wenn der... Das ist ja gar nicht Müll. Ihr müsst nicht lachen. Es ist wirklich genau so schwer, wie es auch aussieht. Also, wie ist es schwerer, als es aussieht? Glaubt mir. Es ist eben nicht so einfach, wie es aussieht. Oh mein Gott, das ist nicht so einfach. Oh, ich bin richtig gut. Komm. Wehe, der macht jetzt gleich doppelt so schnell oder irgendein Scheiß noch am Ende. Der wartet. Hey, guck mal, wie der mich verarscht. Oh, jetzt... Jetzt muss ich einfach stehen bleiben, sonst tötet der mich wahrscheinlich noch. Puh, du... Du gehörst aber nicht hier. Was ist das? Für was hatten wir... Haben wir es trotzdem geschafft? Ja, war alles gut, glaube ich. Guck mal da, unsere Mama. Mama? Aber das sind nicht wir. Wer ist da? Okay. Aha. Okay. So, 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 so. Halte das Atem an. Jau, ich weiß wie. So, nee, warte. Nein, 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 wie macht man das denn nochmal? So. Wieso? Stink ich oder was? Halte das Atem an wollen. Ja, nee, schaffe ich nicht. Tut mir leid. Du hast nichts gesehen. Alles gut. Ich glaube, ich muss echt mit angehaltener Luft dadurch. Die sind blind. Ah, aber wieso muss ich das ab? Ah, damit ich mich nicht hören. Ähm. Aber ich darf nicht zu früh. Ich schaffe das sonst nicht. So. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du riechst mich nicht, du hörst mich nicht. Alter, als ob. Als ob wir jetzt einfach gestorben sind. Passt. Mach. Oh, war das knapp. Spring, spring. Ey, willst du, willst du wohl da hoch, ey? Geht's noch? Oh je, guck mal. Ein netter kleiner Hund. Drücke, äh, was? Drücke auf Interact, um nach oben zu schauen. Ähm. Ich habe jetzt zwar nicht Interact gedrückt. Aber passt. Passt schon. Ey, müssen wir jetzt da rüberspringen? Ich sehe es, wir müssen da rüberspringen. Aber wer wären wir, wenn wir das nicht schaffen würden, Leute? Oh. Also nochmal. Hau ab, Mann. Das eben war nur ein Versuch gewesen. Wir machen das Ganze jetzt nochmal. So, wer wären wir, wenn wir das nicht schaffen würden, Freunde? So. Jetzt zur Kette. Zack. Ähm. Schwingen, oder? Ja, ich sehe da ganz rechts eine Kette. Aber ich bezweifle, dass wir bis dahin springen können. Nie im Leben. Oh, dann müssen wir da hoch. Warte mal. Ah, die Buchstaben sind am leuchten. Ah, zack, ich verstehe es. Uh. 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 Ah. Ich hoffe, das Mikrofon übersteuert nicht, wenn ich so rumschreie. Oh, das Ganze nochmal. So, wer wären wir denn, wenn ich das nicht schaffen würde, Leute? So, sehr schön. Und nochmal. Also, das S leuchtet, das A leuchtet, das D leuchtet, das S leuchtet, das A leuchtet. Ich habe eine Idee. Jetzt geht es zum S eigentlich, so. Perfekt. Uh. Und jetzt müssen wir rüber auf die andere Seite, oder was? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt... Oh, tatsächlich. Der kann aber nicht hier hoch springen, oder? Verpiss dich. Oh je, guck mal. So, noch eine extra Runde, weil wir so brav waren. Und jetzt schläft er wieder ganz süß. Guck. Alles gut hier, alles gut. Na, mein Wasser ist leer. Ich will doch was trinken. Ich verbrüß dich doch da. Was machen wir denn jetzt? Hm. Okay, und sonst? Ihr könntet jetzt aber auch die Zeit nutzen, die wir hier erwarten. Unten ein nettes Kommentar schreiben. Mein Video liken. Mein Kanal abonnieren. Ach ja, genau. Abonniert meinen Kanal. Jetzt macht das doch endlich mal. Ohne Scheiß. Oder auf Cynix seinen Kanal gehen und unter seine Videos und da Grüße von Nia schreiben. Genau. Das könnt ihr auch machen. Dann hätte er Freude. Vielleicht macht er dann auch mal wieder Videos. Oh, ein Karussell. Der soll mal ruhig sein, der Hund. Der kommt da nicht hoch, gell? Natürlich läuft er einfach durch so'n Fass durch. Hat er heimlich auch einen Zaubertruck vom Miraculix geschnuppert. Oh, jetzt muss ich es schnell machen. 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 Wo muss ich denn da hoch? Kann man sich da festhalten? Scheiße, ich glaube, ich bin zu laut. Wie viel Uhr haben wir es denn jetzt? Kurz nach eins. Oh Gott. Kannst du nicht machen? Jawohl. Super, wir sind weiter. Wir haben den Rummelplatz überstanden. Oh, das sieht sehr spannend aus. Aber Leute, an dieser Stelle werde ich den Part jetzt beenden. Wir sind bei 20 Minuten angekommen. Noch ein tausendsten Mal, wenn es euch gefallen hat, bewertet das Video ruhig. Vergesst nicht, um mir in der Info-Karte abzustimmen wegen dem Livestream. Ich glaube, ich rede viel zu schnell. Und ansonsten würde ich sagen, habt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Euer Nia und ciao. Haltet die Ohren steif.